Hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier ist wieder eine Talk aufs Brot und der Kitzel ist auch dabei und wir spielen eine Miene-Kraft, Sky-Solated der Krayon Skies und Redefläche. Oh, ich sitze auf dem Stuhl, kann mich nicht bewegen. Was? Wie kommt man aber hier runter? Achso. Shift. Shift links. Ja, hallo Leute. Ich sitze auf einem Stuhl, nicht auf meinem Stuhl. Ganz wichtig. Wir hören gerade das Thema Kurix. Zwölf Kurix. Brauchen wir so viel Crops? Crops. 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 So, Rubbertrees, Oak-Saplings. Sehr gut. In der Mitte Oak-Saplings oder was? Was macht der hier überhaupt? Was soll denn das? Achso. Genau, was macht er da überhaupt? Gehen wir mal gucken. Okay, machen wir in der Mitte Oak. Eia, 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 Eia. Ich muss ja auch noch. Eia, Eia. Ah, Eia, Eia. Bam, Bam. Ne, Moment. Hinten kommt's raus. Huiiii. Oh ja, Kinsi. Ich hab noch gar kein Pneumatik-Servo. Oh nein. Guck mal in den Planentag, wie ich das aufgeräumt hab. Ja, aber da ist doch gar kein Sieg drin. Achso, meinst du von der Pflanz-Gefüllung? Von der Pflanz-Ordnung, ja. Das ist cool, so. Oder haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir noch, ähm... Wo? Möhren? Das? Äh, ja, aber was nutzt man damit? Hast du Möhren? Hast du Möhren? Äh, du können brauchen Möhren. Du, ich kann echt, um ehrlich zu sein, keine Möhren mehr sehen. Ne, warum? Ach, weil Möhren so möhrig sind. Wir haben keine Seeds mehr. Hallo? Ähm, stimmt, wir haben gar keine Seeds mehr. Wo sind die ganze Seeds? Hier in der Kiste sind noch acht. Angebaut? Was für eine Kiste? Die sind angebaut. Nicht abgebaut, angebaut. Ich finde keine Seeds. Wo sind Seeds? Ich will ein paar Hühner, äh, züchten. Ja, warte. Ich geb dir acht Stück. Hab ich jetzt dabei. Oh, Alter. Wir sind schon wieder mit meiner Maus los. Yay! Das gibt vier Hühner. So, aber ich muss das Feld noch bewässern eigentlich. Das kann ich ja. Warte mal. Eins, zwei, drei. Was? Ja, Alter, du sollst das Huhn bumsen. Nicht die zwei, die schon dran sind. Seit wann geht, seit wann geht Wasser denn vier Felder weit? Das waren doch immer nur drei. Waren es nicht sogar fünf mit dem, äh, ein Feld, also eingeschlossen? Juhu, Hühner! Vier in jede Richtung. Ach, ah, du, du meinst bewässern. Ah, okay. Nee, ich glaub, das waren immer schon vier. Okay. Ich hab gedacht, du meinst, äh, laufen. Also, fließen. Wasser läuft! Na, weißt du, was ich jetzt mach? Ich bring mich um, ich buddeln mich nach unten. Okay. Tschüss! Tschüss! Komm, ne? Ja, alles Spaß! Oh, guck mal, er hat, er hat natürlich wieder einen Jetpack, der Penner. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, bitte. Das ist so unfair, ich müsste auch eins machen. Fangen wir mal an. Ja, genau. Weißt du, wie viel Eck das war? Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen. Hast du dir meine Folge angeguckt? Nee, ich hab, ich hab... Ah, ja, genau. Ich hab im, äh, 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 Crafting-Menü nachgeguckt. Also, das sind jetzt... Ah, okay. 1, 2, 3, 4, dann brauch ich da nur in der Ecke noch ein Feldwasser, okay. Dann kann ich da mal die Erde wieder wegnehmen, damit ich mich da hinten hochstellen kann. Alles klar. Alles klar! Und dann wollte ich ja noch die Autodürte umbauen. Ich wollte doch noch die Autodürte umbauen. Oh, ich hab Seeds gefunden. Umhauen, äh, umbauen. Umhauen, bitte? Da in die Ecke. In die Ecke mit dir. Warte, ich kann ja lieber erst einmal... Hab ich denn... Wo ist denn mein Aja? Da ist mein Golden-Better-Kopf-Rolling. Ah, da. Wo ist denn mein Aja? Mein Aja? Salat? Bitte? Das will ich jetzt mal überhört haben. Ja, Salat ist auch schon echt ein schlimmes Wort. Ja. Finde ich auch. Wir könnten Kinder zuschauen. Ja, echt. Schau mal vorhin, die gehen jetzt zu ihrer Mutter. Mama, ich will Salat essen! Oh, das würde ich mir nie verzeihen. Das würde ich mir nie verzeihen. Ja, richtig. Hm. Fiesbump! Pssst! Hehehehe. Ich muss eigentlich noch die Seeds... Die landen jetzt nämlich alle noch in der Kiste hier. Das geht ja so nicht. Und die Oak Saplings. Da muss ich nochmal einen pneumatischen Servo bauen. Damit der ganze Kram dahin herkommt. Ah, ich brauche noch einen... Kann ich sowas noch? Da kommt ein Copper Org-Revel da rein. Ach ja, ich habe ja rumgesaut. So. Ah, jetzt habe ich erzählt. Kein Kabel mehr. Das ist nicht gut. Ich brauche ME-Kabel. Das ist ja nicht so schlimm. Kabel! Das ist ja nicht so schlimm. Kabel! Äh... Fluixtast? Ach, der arbeitet eh grad nicht. Da kann ich auch raufklettern. Ah, Plastik, Fluixtast. Ich habe keinen Fluixtast mehr. Wie ging das? Wie kann das denn sein? Äh... Das... Mit... Dem und... Na, wo haben wir denn die Mitte? Ja. Von der Mitte zur Schnitte zum... Ja. So, das muss reichen. Zack. Hä? Ach so. Ah, ja. Dann... Ruckel. Ganz langsam. Ganz... Ruckel. Ganz langsam. Also hier ist Mitte. Oder? Ja. Gut. Dann kommt... Na, komm her auf. Muss ich jetzt springen, hä? Muss ich wieder erst springen. Was los? Wann los? Ich bin... Ich bin ein bisschen... Ich bin trotz... Trotz keiner regelmäßigen Zuckereinnahme überzuckert. Haha. Der Nutoka lebt jetzt nämlich ganz gesund. Ja, so geil. Hm. Ja, ja. Ich habe noch was gecraftet! Jihar. Möchtest du uns vielleicht erzählen, was das ist? Ein... Ein Crafting Monitor! Nein! Es ist gar nicht wie viel ist! Gar nicht das, was ich gemeint habe, oder? Warte. Hast du was ganz anderes, oder was? Ich muss jetzt mal gucken. Äh, warte. Warte, wo ist er denn? Ist er denn hier unten? Wenn ich das anfordere, beginn. Nö, da ist er nicht. Hm. Der ist oben. Ich bin im... 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 Im Fresspalast. Aha, doch! Es funktioniert! Okay. Sehr schön. Achja, Wasser? Missing Materials. Das zeig dir in mir, nehme ich jetzt an. Wo sind wir denn mal um? Glas, Kloster und Dust und Iron. Ja, hier haben wir doch einen Teich. Da ist... Da kann ich Wasser holen. Ja, sogar... Wasser holen. Ich brauche aber viermal was. Na, dann muss ich halt nochmal laufen. Meine Maus spackt irgendwie rum. Ja? Schon wieder? Dreht sich so dermaßen schnell zwischendurch. What? Oder ich bin einfach irgendwie ein bisschen... Beside me. Oh, Baby, Baby, Balabala. Baby, Balabala. Ja. Haben wir kein Kloster und Dust mehr? Doch, das gibt's doch gar nicht. Oh, scheiße, du. Ne, was machen wir jetzt? Da haben wir kein Kloster und Dust mehr. Oh, ne, du. Ne, du. Jo, ich würde sagen, da wissen wir schon, was wir machen. Wir gehen ins Näsero. Ja. Aber in den Neta. Oh, ich muss essen. Ich habe nichts. Ich habe nur was. Ich habe noch... Was? Ach doch, sechsmal Saft. Hm. Die Autodeute muss ein wenig warten. Ich brauche noch erst ein Pneumatik. Servo. Lalalalalala. Entschuldigung. Lalalalalala. 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 Reicht nicht. Mann. Keinen Bock jetzt zu squeasen, aber muss wohl sein. Was? Du hast keinen Bock zu squeasen? Squeasen. Ah, okay. Squeasen. Ah, geh weg da, du blöder Esel. Nein, nicht du Kinzi. Hier war doch irgendwo eine... Da ist doch schon die Glowstone Ader. Sehr schön. Eine Glowstone Ader. Oh ja. Eine Glowstone Puls Ader. Oh ja. Ich mache mal immer die Tür auf und zu. So. Nice. Oh, wer kann, der kann. Ah. So läuft das hier. Läuft bei uns. Ja, 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 ja. Also wir haben jetzt ja eine automatische Sieb-Funktion. Also eine vollautomatische. Auch der Stone wird automatisch gecrushed. Und ey, wir haben 699. Das hatten wir doch vorher schon. Ja, gut, haben wir schon länger. Aber ich bin jetzt mal kurz am gucken, wie viele Sachen wir denn haben hier. Und? Wie viele Sachen haben wir denn? Viele. Also wir brauchen uns gar keine Sorgen mehr machen um irgendwas. Zack, zack. Um irgendwas. Einfach mal direkt. Ja, wir brauchen uns also über Rohstoffe brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Gar nicht. Das läuft einfach so nebenbei. Es läuft hier. Es läuft. Ach die. Hier ist jetzt wahrscheinlich nichts drin. Nee. Aber der Pulverizer arbeitet, ja. Der hat da oben so einen netten Neath-Extruder dran. Der wird dann hier pulverisiert. Da kommt der Gravel raus. Machst du gerade ein Tutorial? Ja, ein ganz schnelles Tutorial. Und dann geht das hier in die Autonomous Activator. Und die sieben das hier in dem Sieb. Die werden von dem anderen Autonomous Activator auf der anderen Seite noch unterstützt. Und dann kommt das hier in den Vakuumhopper rein. Und dann geht das hier durch die Röhre durch. Dann wird das hier noch durch die Röhre... Dann wird das hier in die Fässer gepumpt. Und dann wird das geteilt und sortiert und verarbeitet. Und das hast du nicht gesehen. Und wenn wir jetzt am Ende auch machen... Umso langsamer spreche ich. War was? Was ist das denn? War das eine Hexe? Hm? Hm? Ich glaube aber nicht. Hast du die gehört? Ich hab dich gerade unterbrochen. Du hast gerade erbrochen? Oh ja. Oh Gott, bist du schon wieder krank? Hast du eigentlich Folge 100 gesehen? Dick dich! Ich hab alle Folgen gesehen. Ja, sehr schön. Hast du auch das Schild gesehen? Ja, sehr schön. War gut. Echt, war gut. Das fand ich. Ihr nennt's gut, ich nenn's grob asozial. Aber okay. Aber okay. Das ist dann wohl... Das ist jetzt aber ganz hart. Grob asozial. Grob asozial. Ja. Wenn's wenigstens fein asozial wär, dann könnte ich ja noch... ne? Wie geht denn nochmal ein... Pneumatik-Servo? Puck doch einfach rum! Ach, bist du ja dran. Pneu. Pneu. Der war, glaub ich, ganz einfach zu machen, ne? Ja, ziemlich schön. Zwei Eisen, ein Redstone, zwei Glas. So, wir können jetzt Bananen-Smoothies automatisch craften. Oh, ich hol mir ein paar. Yay! Haben wir Bananen? Äh, wir brauchen dafür noch ein bisschen mehr Bananen. Ja, wir haben ein paar. Pass auf, ich zeig dir mal kurz, wie das Ding geht, wenn du hier bist. Hallo? Ja? Und zwar, klick mal hier rechts auf das Ding rechtsklick. Mist, jetzt hat er mal eine Ahnung. Klick mal hier rechts auf das Ding rechts... ME-Crafting-Terminal, ne? Terminal, oder? Äh, genau. So, wenn du dann... Da stehen halt, wie viele Sachen da drin sind. Und wenn du runter scrollst, dann stehen da auch bei manchen Craft dabei. Ah ja, cool. Wenn du dann zum Beispiel den Bananen-Smoothie auswählst und drauf klickst, dann kannst du auswählen, wie viel du willst. Am besten mal nur einen oder zwei, weil es sind nicht viele Bananen momentan drin. Und dann bekommst du die. Ja, wo ist er denn? Gedulde dich, junger Padaran. Der braucht aber lang. Ist noch nicht fertig, hab's noch nicht. Hast du auf Beginn gedrückt? Ich glaube, ja. Ja, hab ich. Beginn. Hab ich jetzt nochmal gemacht. Ich glaube, du hast ihn gerade eingesammelt. Kommt der automatisch raus? Nö. Guck mal. Ich hab den nämlich nicht. Beginn. Bam. So. Hä? Der will dir jedes Mal wieder einen neuen Juicer dafür. Geht's noch? Hä? Hä? Verbraucht der den Juicer? Äh, normal nicht. Probier's mal gerade nochmal. Also war ich blöd. Also war ich blöd. Beginn. Standard Crafting Station. Wozu? Du hast doch immer eine ME Crafting Terminal. Das ist aber blöd. Ja. Gut. Ähm. Du machst das fit, ne? Und ich... Nö. Nein, doch nicht. Haha. Ich glaube, der ist einfach mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem, mit dieser Mod, Hangar, oder Pam's Harvestcraft, was auch immer, äh, nicht so hundertprozentig kompatibel. Glaub ich auch. Oh, Schleim, Schleim, Schleim. 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 Schleim, Schleim, Schleim. 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 Ach, ich Idiot. Ich hab meinen... Ich hab den... Ich hab den Juicer noch im Inventar und wundere mich, worum es nicht geht. Ja. Er ist ein Held. Dann machen wir das Ganze jetzt noch für Karottensaft. Na. Hallo, Schleim. Sterben. Hallo, Kinsey. Na, Schleim, wie geht es dir? Boah, so geil. Was hast du denn heute so getrieben, Schleim? Äh, geil. Geil? Du hast dich wieder in meinem Hals rumgetrieben. Gib's zu. Bitte? Du wolltest mich erkälten lassen. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Crafte mir einen Bananen-Smoothie. Bam. Wo ist der Bananen-Smoothie? Yay, da ist er! Wo ist denn das Excess-Terminal? Meiner. Crafting-Monitor? Was ist das denn? Da kann ich aber keine Sachen einfangen. Da kannst du... Ne, da kannst du sehen, welche Sachen zum Craften fehlen. Ich pack mal ein bisschen Holz ins Lager. Okay. Ich geh mal Bananen pflücken. Und Oakleaves. Und Dirt. Dirt, 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 Dirt. Ich hab einen Schmutzi gegessen. Miniatur-Hard pack ich auch rein. Sag mal, können wir eigentlich auch einen Bananenbaum in den Harvester geben? Äh, ja, weiß ich nicht. Soll ich mal gucken, dass ich einen Sapling bekomme? Ja, aber ich glaube, das wird ein Jungle Sapling, wenn du das erntest. Weil das sind eigentlich Jungle Trees. Ja, aber irgendwo müssen wir ja einen Sapling davon haben. Ja, aber wir müssen das, um das zu automatisieren, müssen... Ja, die Saplings kriegst du, wenn du auf Grasland, ähm... Ach so, okay. Jetzt verstehe ich das Problem, ja. Ja, 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 ja. Hm, also müsste man quasi einen Baum haben, wo auch wieder Bananenbäume rauskommen, ne? Ja. Du kannst ja versuchen, einen Affen zu dressieren und dass er die Bananen für dich pflückt. Und in den, ähm... Ich hab doch schon einen Affen dressiert, der versucht einen Harvester zu bauen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wer? Wer, der Affe? Ich bin hier hinten, Bananen am pflücken. Ja, du Affe. Oh nein, Kinsey, bitte, nein, Hilfe! Tu mir nichts! Was kann ich ihm denn geben? Was kann ich denn machen? Hm. Versteckt mich bei den Schweinen. Ja, er gehört auch hin, äh... Er sieht mich nicht! Er weiß nicht, wo ich bin! Nein, nein! Ja, warte, das war richtig, so. Ich komme! Was ist denn hier... Achso, du hast es dicht gemacht, alles klar. Wo ist denn der Notoka hin? Ich kann ihn nicht sehen. Der muss sich getarnt haben. Ich sehe ihn nicht. Gadgetto go go! Da komme ich auch rüber, soll ich mal versuchen? Nein! Nein, sagt er. Oh man, jetzt haut er einfach ab, der Honk. Schisser. So, Bananen in die Presse! La-di-la-la-dam-dam! Cool. Cool, cool. Jetzt kannst du einen Smoothie holen, probier mal. Okay. Try to get a Smoothie. Wo ist dein Craft da? Bananen-Smoothie, beginn! So. Und jetzt müsste der dann... Also nicht mehr Craft stehen, sondern... Na eins. Na eins, sehr gut. Nehme ich mir raus, danke. Dann kannst du ihn holen. Das war cool! Cool! Cool, cool, cool! So, ich habe ihn in der Hand. Soll ich ihn trinken? Soll ich ihn trinken? Tu es. Oh, so geil! Oh, der bringt aber mehr als... Karottensack. Ja klar! Klar! Aber den Karottensack können wir automatisieren. Machen wir mal noch ein Black Pattern. Ist schon automatisiert. Äh, ich meine vollautomatisieren. Ich kann den Harvester da anschließen. Wenn er Möhren erhält. Ja, aber wir sind jetzt erstmal 222 Karotten drin. Könnt ich dem eigentlich mal alle... Boah, warum... Ey, er schmeißt schon wieder Scheiße nach mir, ey. Das ist viel besser als dich zu hauen. Ey! Finde ich nicht. Ich hätte schon... Ey, lass das! Ich habe nur noch drei Herzen, Mann. Ich weiß. Du... Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Sattlings hier? Mh... Ja, komm, ab in den Harvest. Hab ich auch noch einen Apfel. Äh, Planta. Join! Gegessen! Der Planter hat keinen Plan mehr. Was... Was könnte ich denn noch für ein Rezept machen? Hambur... Oh, Hamburger. Was braucht man dafür? Braucht man gar nicht so viel. Du kannst auch Bacon Cheeseburger machen. Das ist ja eher so mein Favorit. Brauche ich erst Bacon? Ja, aber Bacon... Cheese... Bacon Cheeseburger... Ach, ich guck mal gerade. Wo ist denn die Gießkanne? Ich geh eben... Mal auf die Sprünge helfen hier. Wo ist denn der Bacon... Be... Beans and Rice. Ich kann dir Beans and Rice geben. Da brauchst du kein Jetpack mehr. Hm. Mhm. Ja. Mhm. Verdammt, wir haben keinen... Haben wir Rosen? Ich bin in einem Baum. Aber ich kriege keinen Schaden. Ich bin gefangen. Versuch du mich jetzt mal zu finden. Tucker. Warte mal. Warte mal. Ohne auf die Karte zu gucken, bitte. Ohne auf die Karte zu gucken. Ja, das ist ja... Das ist ja witzlos. Ja. Haben wir Rosen? Ähm... Nein. Jetzt kriege ich Schaden. Oh, scheiße. Ich muss den Baum zerstören. Doch, da sind doch Rosen. Ja? Ja, bei deinen... Oh, nein. Bei deinen Bienen, die du nicht auf den Appel bekommst. Was ist das denn? Ach, ist doch gar ein... Ne, es sind zwei Bäume. Äh, ja, scheiß auf die Bienen. Nein! Ja, ich weiß, wir brauchen sie. Und ich will auch Taumcraft damit machen. Aber es ist mir im Moment einfach zuwider. Ah, Kinsey. Ich hab da keine Lust drauf. Ich lass mich doch nicht gängeln von irgend solchen Bienen. Ähm... Ich... Sei froh, wenn ich dich nur gängel und dich nicht gängbängel. Also wenn Bienen mich gängbängeln. Aua, aua, aua. Ich bin eine Biene. Und du wirst gefütten. Zack. Was ist denn hier noch ein Baum dazwischen? Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja. Autodürte. Autodürte hin oder her, ey. Das kommt ein andermal. Vielleicht nächstes Mal. Wir werden sehen. Klappt so gut, ja? Ja, ne, ich... Ach, ich mach einfach irgendeinen Scheiß grad hier. Du... Also ich kümmere mich ein bisschen um den Harvester weiter. Ich bin ja voll der Gärtner hier. Das macht mir aber auch Spaß hier. I lay in the beach. Dass das hier alles schön funktioniert. Das finde ich toll. Der Jetpack verbraucht Energie während ich schlafe, hab ich gerade mal festgestellt. Ja? Warum auch immer. Yep. Du benutzt ihn im Traum. Oh ja. Das geht nicht. Ah ne, Quatsch. Da muss ich ja hin. Zack, zack. Also ich würde ja gerne... Also wir brauchen ja nicht unbedingt noch mehr Oak-Trees. Wir könnten ja Rubber-Trees anbauen. Dann hätten wir Rubber. Und dann noch... Hier, sag schon. Wie heißt's? Möhren. Du sag mal, wie kann man denn... Nochmal ganz schnell, bevor die Folge zu Ende ist. Wie kann ich denn mein Harvester jetzt an dein ME-Crafting-System anschließen? Einfach in dem... Aber... Dafür brauchen wir erstmal Kapazitäten, ne? Wir brauchen Kisten und noch mehr... Ne, Kisten nicht. Ja, Digitale... Ja, Kisten nicht. Festplatten. Ja, aber ich hab schon ein paar gemacht. Also... Man muss halt schauen, ob's jetzt reicht. Wenn wir den Harvester da dran anschließen sollten, dann sind die ja irgendwann oder ganz schnell sogar überfüllt. Ja, deswegen sollten wir da eigentlich nicht vollmüllen. Dann lassen wir das wie es ist. Nein, machen wir nicht. Wir lassen's wie es ist. Vielleicht mach ich nochmal Diamantkisten oder so. Wir haben jetzt ja ganz viele Diamanten. Na dann aber lieber das Teil da benutzen. Wieso? Wir haben's doch jetzt. Nein. Was kostet die Welt? Hallo? Guck mal. Guck mal. Hier. Smaragd. Zinn. Silber. Platin. Wir haben Platin. Hallo? Das können wir an der Börse verticken, da können wir uns noch mehr Diamanten für kaufen. Hm. Was für eine Börse. Ich hatte letztens eine Idee für ein Handelssystem. Hallo, alles ist kaputt gegangen. Ja, wieso? Hier ist doch alles kaputt gegangen. Ja, alles ist kaputt gegangen. Das ist die Story von Agrarian Sky. Ja, schon. Aber wir bauen eine Börse. Ich hatte letztens tatsächlich eine Idee für ein Handelssystem. Mit... Das kannst du in der nächsten Folge erzählen, denn wir müssen jetzt Abmord machen. Okay. Also könnt ihr schon mal gespannt sein auf Keith Zipfels. Tolle Idee. Oder auch nicht, je nachdem wie ihr wollt. Das klingt so abwertend. Und ja, dann schaut da einfach das nächste Mal wieder rein. Hast du einen Apfel von mir, bitte schön. Oh, du bist so unnett. Rotten Flash hast du von mir. Hier noch ein Stück Holz für deinen Holzkopf. Lever. Eine Torch. Ein Zäppling. Alles für dich. Bin sie?! Ja? Ich töte dich gleich! Hihihi mythology. Geht nicht. Und ich sag Edu auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!